Noch mal kurz zu euch und zu eurem beruflichen, persönlichen Hintergrund. Sag was über dich, wie ihr nach Rumänien gekommen seid, wie du nach Rumänien zurückgekommen bist. Du stammst ja auch aus Siebenbürgen. Es hört sich alles sehr interessant und spannend an. Also ich bin mit 13 Jahren mit meinen Eltern ausgewandert und dann war ich faktisch ein Jahr lang in Deutschland und bekam ziemlich früh schon Kontakt zu einer christlichen Jugendgruppe, wo ich mit dabei war und war dann auf einem Teenagertreffen und da hörten wir viel über Mission. Und in dem Zusammenhang war für mich das klar, dass Gott für mich einen Auftrag hat, irgendwann einmal wieder in mein Land nach Rumänien zurückzukommen. Das war damals mit 14 und ich habe sehr oft darum gebetet, dass Gott mir das einfach bestätigt und die Wege dafür öffnet, wenn es sein Plan für mein Leben ist. Ja, in Rumänien war 73, 74 noch eine sehr, sehr rote Zeit und ich konnte mir also nie vorstellen, dass ich im Auftrag der Kirche hier in diesem Land arbeiten kann und offen arbeiten kann. Ich bin mit 19 Jahren dann Diakonisse geworden in Deutschland und habe dort in der Diakonie viele Jahre lang Kinder- und Jugendarbeit gemacht, als Sozialarbeiterin dann auch gearbeitet, im Unterrichtswesen gearbeitet und eben in kirchlichen Aufgaben mit Leib und Seele und Herz dabei gewesen. Ich habe dann aber immer diesen Auftrag im Herzen gespürt, dass ich irgendwann einmal wieder nach Rumänien zurückkommen werde. Dann fielen ja die Mauern hier und ich war mit großem Interesse dabei, was in Rumänien passiert. Über das Diakonissenmutterhaus in Bremen und das Diakonische Berg lernte ich dann eine Pfarrerswitwe kennen, die hier als Krankengymnastin arbeitet und der ihren Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter, das war Espen Christensen. Und ich habe die Arbeit besser kennengelernt in Rumänien und habe gemerkt, dass das eigentlich die Art und Weise, wie sie hier mit den Menschen arbeiten, dass sowohl die Bibel wichtig ist, den Menschen den Glauben weiterzugeben, aber das auch ganz praktisch im Alltag umzusetzen und für die Menschen eine Zukunft und eine Hoffnung auf der Basis des Glaubens zu bringen, dass das etwas war, was mich faszinierte und wo ich dachte, das ist genau das, was ich mir vorstellen kann. Scheinbar hat dein Mann, dein späterer Mann, auch etwas Ähnliches versucht, noch seit Anfang der 90er Jahre, richtig? Ja, gleich nach, als die 90er, also als die Revolution zu Ende war, war mein Mann mit dem Leiter des Internationalen Roten Kreuzes in Ungarn. Und da warteten sie, dass die Grenzen aufgehen nach Rumänien und dann ist er eben mit dem Internationalen Roten Kreuz nach Rumänien gekommen. Er hat am Anfang sehr viel in Kinderheimen gearbeitet, in Krankenhausen, wirklich die akute Nothilfe, die durch das Rote Kreuz kam in der Psychiatrie und hier, wo all diese ganz schwierigen, schwierigen Situationen waren. Als die größte Not behoben war, hat sich das Internationale Rote Kreuz zurückgezogen. Mein Mann war technischer Leiter über eine große Hilfsorganisation und war da für die ganzen LKWs, über 50 LKWs zuständig und ist im ganzen Land eigentlich damit unterwegs gewesen und für die Verteilung zuständig gewesen. Er hat auch viel mit Kinderheimen gearbeitet und dann hat er allerdings darin gearbeitet, dass die Kinder eben nicht in Kinderheime kommen und hat eine gemeinnützige GmbH gegründet, wo er Arbeitsplätze für junge Menschen geschaffen hat. Das war auf dem Land, weil die Not auf dem Land am größten war. Sie haben das Feld dann der Menschen dort bearbeitet und die Menschen konnten dann oft erst im Herbst bezahlen mit ihrer Ernte. Aber dadurch, dass die Felder gut bearbeitet waren und auch gute neue Methoden kamen, haben die Leute viel bessere gehabt. Mein Mann hat Projekte gemacht, wo er junge Menschen ausgebildet hat, Kartoffeln anzubauen. Dänemark ist sehr bekannt für Kartoffelanbau, die haben unwahrscheinlich große Erfolge gehabt. Und diesen Arbeitsplatz hat er genutzt, um jungen Menschen zu helfen. Entschuldigung, mein Mann ist Däne. Mein Mann ist Däne, ja, das muss man sagen. Und jungen Menschen zu helfen, einfach eine neue Konzeption, eine neue Moral, eine neue Disziplin zu bekommen, was Arbeiten angeht, ihnen zu helfen, selbst Initiative zu entwickeln, ihnen immer wieder zu sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben und diesen Plan musst du entdecken und in den musst du einsteigen. Und für ihn war es wichtig, gemeinsam mit den jungen Leuten ihre Talente zu entdecken, ihre Gaben und Fähigkeiten und sie da auszubilden. Und es sind über diesen Arbeitsplatz auf dem Land Sekretärinnen ausgebildet worden, es sind Schreinereien in Gang gekommen, es ist eine Mühle in Gang gekommen, es sind junge Leute gekommen, die beim Straßenbau, bei den Benzinerien, also bei den Tankstellen mitgearbeitet haben. Also er hat geguckt, wo haben sie ihre Gaben und da sollten sie weiterkommen. Wo genau hat er diese Projekte durchgeführt? Diese Projekte waren neben Klausenburg, in dem Ort Florescht hauptsächlich und den umliegenden Orten und er kam dann auch da mit dem Mähdreschern auf das Land hinaus und er hat eine christliche Firma gemacht. Und damit hat er gesagt, bei uns ist es wichtig, dass Witwen und Waisen Nummer eins sind. Wenn in der Landwirtschaft ein Feld gearbeitet wurde und die Leute morgen Schlange standen, wird immer die Witwe genommen und alles, was um die Witwe herum lag. Und so wurden auch seine Angestellten ausgebildet und die haben manche Schikanen dafür in Kauf genommen, aber bewusst diesen christlichen Ansatz auch da vertreten. Jetzt mache ich mal einen ganz großen Sprung nach Kirchberg, die acht Jahre später. Ihr wolltet etwas Ähnliches auch hier realisieren, richtig? Was sind eure Pläne oder was waren eure Pläne? Was sind in Zukunft eure Pläne? Wir wollten etwas Ähnliches realisieren und es war sehr schwer die ersten zwei Jahre, weil eben der Bürgermeister versuchte, alles zu blockieren, was wir gemacht haben. Wir haben dennoch Tagelöhner hier bei uns gehabt und bei uns beschäftigt. Und ich denke, wir haben besonders bei denen, die beständig dann waren, ich denke an ein ganz konkretes Beispiel, der über die Jahre bei uns gearbeitet hat, erlebt, wie ein junger Mann gelernt hat, ja, in der Landwirtschaft zu arbeiten, gelernt hat, Futter für Tiere zu mischen, gelernt hat, dann das Daheim bei seinen eigenen Tieren umzusetzen, gelernt hat, Kälber großzuziehen und in diesem Jahr sogar sagen kann, ich brauche nicht ins Ausland, man kann das auch hier machen. Und es war einer der armen Menschen. Er hat gelernt, sein Haus selber zu isolieren, er hat gelernt, seine Scheune selber zu bauen, er hat gelernt, Traktoren zu reparieren. Also an dem Beispiel kann man sehen, man kann einen Arbeitsplatz nutzen, um wirklich mit jungen Menschen an ihrer Persönlichkeit, an ihnen, an ihrer Arbeitsfähigkeit zu arbeiten und etwas aufzubauen. Und das konnten wir an anderen Beispielen hier im Kleinen auch sehen. Es war leider nicht so groß möglich, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil wir eben so sehr blockiert worden sind. Jetzt ist leider, was die Zukunft angeht, ist es so, dass wir keinen Mietkontrakt mehr haben, dass wir also hier leider nicht mehr weitermachen konnten in dem, was wir geplant haben. Im Moment ist für uns, was die Zukunft angeht, alles offen noch. Dein Mann musste auch zurück nach Dänemark. Dein Mann musste zurück nach Dänemark. Er hat gesundheitliche Probleme gekriegt mit seinem Herzen. Und das war sicher mit ein Grund. Er hatte schon davor Blutdruckprobleme und hohen Blutdruckprobleme, aber die sind viel intensiver geworden. Und wir waren in der Strategie, das muss ich schon hier sagen, wie wir 2012 die Sache gefahren sind, sehr unterschiedlich in unserer Ansatzweise. Mein Mann hat die Kündigung der Kirche gehört und hat gemeint, dass da vermutlich keine Verlängerung mehr möglich sein wird. Und ich habe mich sehr, sehr stark auf das Wort von Herrn Galter verlassen, dass er noch einmal kommen wird im September, dass wir auf jeden Fall noch einmal zusammen reden werden und sehen werden, ob man nicht ein, zwei Jahre verlängern kann. Ich habe mich darauf verlassen, dass Herr Bischof Guib sich dafür einsetzen will, dass doch noch eine Zeit lang wenigstens verlängert wird. Also ich habe mich immer wieder auf das verlassen, was die Kirche gesagt hat, weil ich das gewohnt war. Ich habe 19 Jahre als Diakonisse mit kirchlichen Leuten zusammengearbeitet. Natürlich gab es auch da manchmal Probleme, aber man hat Wege gefunden. Und ja, ich bin leider, heute stehe ich da und bin sehr, sehr traurig, dass es doch nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe und mein Mann musste dann aus gesundheitlichen Gründen weg. Und jetzt stehen wir also hier und haben jetzt noch nicht die Perspektive, wie es weitergeht. Ich danke dir und hoffe doch, dass es eine gute Lösung geben wird für das ganze Problem. Dankeschön.